Ich bin Susanne Westphal aus dem verlockenden Frisurenstudio in Eilbeek. Ich habe dieses kleine Geschäft jetzt seit fast 20 Jahren und brauche Verstärkung. Wir arbeiten jetzt zu dritt hier, wir haben noch eine Kosmetik- und Fußpflege dabei und wir sind eigentlich alle drei recht gut ausgelastet, weil wir hier auch ein schönes Wohngebiet haben. Und dieses Geschäft jetzt auch schon seit über 60 Jahren existiert. Und die eine Kollegin geht jetzt demnächst in Rente und somit brauchen wir Verstärkung. Ich würde mich freuen, wenn jemand ein bisschen motiviert ist und Lust hat, nochmal eine Sturmmiete hier zu übernehmen und vielleicht auch in naher Zukunft das Geschäft zu übernehmen, weil auch ich plane, demnächst mal ein bisschen kürzer zu treten. Wenn du Interesse hast oder vielleicht auch jemanden weißt und uns weiterempfehlst, dann ruf mich an oder schick mir eine E-Mail. Ich würde mich freuen über Verstärkung.